Musik Die Papierserviette einmal öffnen. Bei Stoffservietten einfach einmal zur Hälfte falten. Die Serviette nun noch einmal zur Hälfte falten. Von der kurzen Seite her die Serviette ca. 3 cm einschlagen und komplett zu einer Ziehharmonika falten. Dabei stets die Falz mit Druck glatt streichen, damit der Fächer nachher besser steht. Ein kleiner Tipp ist bei Stoffservietten am Ende auch einmal mit dem Bügeleisen darüber bügeln. Das offene Ende festhalten und das zuende Ende oben vorsichtig auseinanderziehen. Blutsam aufstellen und fertig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017